Und die Zeit verfliegt, Türchen Nummer 12 ist heute dran und da gucken wir doch direkt mal, was drin ist. Wieder hoch die Treppen hier, da haben wir die 12 und allen viel Glück Leute, ab geht's. Und heute nochmal eine geheime Weihnachtsbox, lasst euch einfach überraschen, was drin ist, wenn es dann zu euch nach Hause kommt, wenn ihr ausgelost wurdet. Und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag noch, wir sehen uns dann wieder morgen zum nächsten Türchen, macht's gut, euer Orbito. Ciao, ciao.